Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich möchte mal so eine kleine Rundfrage machen und dementsprechend brauche ich natürlich eure Meinung. Es geht heute um Star Citizen und ihr habt ja gemerkt, dass Star Citizen irgendwie keine Schiffvorstellungen mehr kamen, obwohl ja ich eigentlich geplant hatte, noch ein bisschen mehr zu machen. Das Ding ist, dass die Chipspacks upgedatet wurden und allgemein einiges bei Star Citizen passiert ist. Ich aber nicht so richtig dazu kam, das zu machen. Ich wollte jetzt aber endlich mal hier mein ganzes Ding zusammenfassen und sagen, hey Leute, wollt ihr Schiffvorstellungen haben mit den neuen Chipspacks und zwar nochmal komplett neu. Ich würde dann einfach die alten runternehmen von YouTube, also beziehungsweise ich würde sie irgendwie privat stellen oder so und ja, ich würde dann euch natürlich die ganzen Schiffe nochmal neu vorstellen lassen, einfach nach chronologischer Reihenfolge, also namensortiert, durchgehen, die ganzen Schiffe und würde dann sie euch vorstellen. Das wäre natürlich, keine Ahnung, ein paar Videos, die ich je nachdem entweder als mein reguläres Video nehme oder als ein Nebenbei-Video, meistens eher als ein Nebenbei-Video, als ein Video, das um 18 Uhr kommt statt um 15 Uhr, als zweites. oder ja, es würde natürlich ein bisschen Zeit kosten, deswegen, ich kann nicht versprechen, dass es gleich dieses Wochenende noch kommen, welche kommen, aber vielleicht dann am nächsten Wochenende, aber ich möchte natürlich wissen, ob ihr da überhaupt gewillt seid, das zu haben. Würde mich freuen, wenn ihr mir das mal schreiben würdet. Bis dahin, mein Name ist Light over and out. Das ist gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017